Okay, ich hab nachgeschaut und ich hab gesehen, äh, ich hab nur 8 Minuten. Ähm, dann machen wir das mit der Haubhülle noch. Oder fangst du mir das an? Ja. Äh, ich muss echt nur auf die Uhr gucken. Ich vergesse es immer wieder und dann, ähm, ja. Äh, okay. Oh, okay, die Haubhülle ist doch nicht ganz da. Das heißt dann, ich glaub eins weiter, aber müsste sein. Bin mir ziemlich sicher. Landhausrose oder Höhlen. Greatwood Höhlen, da müsste es eigentlich sein. Wir gucken trotzdem lieber nochmal nach, nicht, dass wir falsch laufen. Ähm, ach, ich guck lieber bei, äh, Quests. Höhlenstatus, Quests, aktuelle Quests. Ich bin doch nicht mehr da. Ähm, kann ich nicht mehr da. Wo sehe ich mich denn selber? Hatte ich das nicht letztes Mal irgendwie ange... Boah. Oder ich bin doch dieser komische Pfeil da. Da müsste ich eigentlich nach rechts. Ah, Landhausrose. Alles klar, alles klar. Okay, perfekt. Dann muss ich nach rechts. So, zum Landhausrose. Top. Goblin? Goblinhöhle. Nee. Hobbit, nee. Hobling, nee. Ähm. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wir werden es auch gleich rausfinden. Hobhöhle, genau, Hobhöhle, Hobhöhle, Hobhöhle. Okay, wir nehmen uns diese an. Weiter. Stimmt, da links war ja auch noch so ein Ding. Okay. Oder hä? Irgendwie ist... Ich glaube, ich war hier doch noch nicht, oder? Bei der ersten Verabredung mach ich niemals auf. Mein Herz wurde schon zu oft gebrochen. Ich kann nur jemanden reinlassen, der mich wirklich liebt. Oh nein, bei dem brauche ich glaube, eine Rose. Aber ich habe ja eine Praline. Vielleicht passt das auch? Guck mal, eine Praline. Oh, ihr wisst echt, wie man mit Türen umgeht. Für euch werde ich stets offen stehen. Okay, Praline, ich glaube auch. Oh, ja. Bitte ich doch nicht. Er hat mich so glücklich gemacht. Ich spüre, wie mir Kiesel in die Augen steigen. Okay. Er sieht sehr glücklich aus, muss man schon sagen. Und er hört sich sehr glücklich an. Ab in das Dunkle. Und was kriege ich diesmal aus der Kiste? Wow, ihr sitzt... echt... gemütlich aus. Können wir mich da hinlegen? Ich will doch schlafen. Och Mann. Das ist ein Foltergerät. Boah, okay. Okay, ich will mich da doch nicht erlegen. Ich habe es mir anders überlegt. Hey, Kiste, 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 Kiste. Oh nein, ich habe vergessen, Skybox zu machen. Oh. Glührende Willenskraftanwärter-Handschuhe, würde ich mal sagen. Glührende Willenskraftanwärter-Jäfe, glührende Willenskraftanwärter-Glührende-Glührende-Glührende-Glührende-Glührende. die Rüstung ist bestimmt total gut aber ich werde die Rüstung wird mich auch gut machen will ich eigentlich nicht Ach rot habe ich ja erkannt bekommen Hände habe ich auch bekommen Grußfaktor 0 sogar weniger an hier Schutz dann habe ich wohl doch das Bessere 2 hat 10 Ach stimmt da habe ich ja das nicht so cool angehabt weil es besser aussieht vielleicht hatte ich einfach dunkle Lederbrust die sieht nicht so arg viel schlechter aus aber schon viel besser Grußfaktor plus 12 komm dann ziehe ich das dann 3 AG ok das war ein Oberkörper gegen Wände stimmt hier ist irgendwie alles schlechter was ganz ich verstehe das nicht das ist komisch komisch gewinnen ähm und hier ich wahrscheinlich auch schon das Beste an hier habe ich okay Füße habe ich auch das Beste okay perfekt aber ja das andere sah eigentlich schon cool aus wobei ich auch nicht schlecht okay perfekt dann ja dann kann ich das Zeug verkaufen was ich gerade eben bekommen habe auch nicht schlecht okay wo muss ich jetzt hin da rein oder wie wie es scheint ja okay aber ähm ja jetzt das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal tschüss so und da sind wir auch wieder Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable 1 Lost Shadows oh hier kann ich wieder ein Kreuz kaputt machen aber hier hast du Ruhe 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 oh Gott ich hab auch den Kohle Song in meinen Kopf Kohle 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 okay passt hier nicht rein Tür auf James bist du das? oh James ist mein Enkel ihr müsst ihn finden er ist mein letzter Verwandter so ein hilfsbereiter Junge ich weiß nicht was ich ohne ihn tun würde ich wusste es er ist wieder in diese Höhlen gegangen ich weiß es einfach was er da sah hat ihm letztes Mal allerdings einen gesungen Schrecken reingehakt aber er brachte Gold mit zurück oh und als er dort war hat er noch was gefunden ich weiß nicht wofür es ist es könnte aber nützlich sein hier sechs Eck Schlüssel oh sucht ihn ich weiß nicht was ich tun würde wenn ihm etwas zugestoßen wäre okay alte Frau wo ach redet mit mir wenn ihr ich will aber in deinen Hosen klauen okay dann klaue ich eben nicht ähm stimmt zur Haupthöhle gehts da lang oder? ne 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 da war doch grad eben das ja okay dann muss ich doch einer zur Haupthöhle ähm ja dann muss ich wahrscheinlich ich glaub rechts rum dann wo ich äh links rum wo ich von rechts rum bin muss ich dann links rum ja ich glaub schon und zwar genau hier rechts rum ja das klingt auch so komisch okay alles klar hier rum kommen wir jetzt gleich zur Haupthöhle und dann ja ich frag mich ob jetzt dieser ähm letzte ganz große Raum wo ich da letztes Mal paranoid Anfälle bekommen hab ob der jetzt ähm ob da jetzt was drin ist aber ich glaub schon weil letztes Mal war er ja ganz leer ja der will ja den Kampfmultiplikator hoch ähm ja 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 aber das kann ich nicht äh ja keine Ahnung egal wir müssen jetzt erstmal hier ich muss doch hier rein warum blinken achso zwei verschiedene Quests aber ja ich muss hier rein ich muss hier rein hoppeln yep da rein gehts und jetzt gibt's wieder ein Gemetzel oh warte wo okay er ist irgendwo ganz hinten an ich hör ihn jetzt schon okay wir gehen trotzdem alle hier ähm Tore durch vielleicht hat's ja noch was Hülenseitenraum okay vielleicht auch nicht okay doch da ist er noch warte okay oh mein Gott das sind schwerer äh tippen ja stirbt ich hab doch mal ne neue tolle Axt aber ich krieg faxt faxt fast kein Damage vielleicht aber auch weil die mich nicht wirklich angreifen irgendwie oh egal mir ist jetzt recht sein schon also wenn mein Geschmack halten die zu viel aus ich hätte auch gern so einen ähm Rundumschlag oder sowas das wär echt cool ach ich weiß nicht ob's das geht Rufina ist auch so ein Zauber so ein Rundumzauber aber die wo ich jetzt hab da können sie mich ja in der Zeit wo ich die ähm Kaste immer noch angreifen was mir nicht sooo toll gefällt ja ja chill doch mal ne 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 Das ist doch noch Räuber. Mit dem Räuber noch Schätzen suchen. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Äh, ich meine, ich will da auch noch umhauen. Hm. Hm. Ja oder nein? Mit Räuber mehr, ohne Räuber? Äh, ich mag die eigentlich nicht so. Hm. Nein, ich mag die nicht. Ich bring den um. Herr Dauben, ich muss ab dir, ich muss ab dir für ein Problem! Au! Was für Hölle spielt ihr viel? Herr Dauben, ich muss ab dir für ein Problem! Ich stirbte überhaupt? Ja, stirbte. Okay. Ja, ich bin böse. Ach Mist, das habe ich... Mist, ich habe ja, ähm, gute Punkte bekommen. Ach shit, ich will doch böse sein. Okay, dann werde ich, ähm... Ha! Ha! Dann werde ich, ähm, demnächsten wahrscheinlich mitnehmen. Einfach, damit ich böse werde. Ja, 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 ja. Und ab zur nächsten Kammer. Ähm. Oh! Kommst du schon angerannt? Okay, er nimmt den Zauberer zuerst. Und schon ist er da. Juhu! Kniegt nieder vor mir! Nein! Oh, das sind ja auch immer so viele Geräusche, wenn's ich geben muss. Ja, ich bin awesome! Gut, ja! So lange schon habe ich's schon... Aua, das hat er nicht gehauen. Aua, das hat er nicht schon wieder gehauen. Gott, ich brauche ihn aber immer noch echt lang. Ich brauche noch bessere Waffe. Ich muss stärker werden, ey. One-Hit wäre echt cool, wenn ich das... Oh, da ist schon noch einer. Woher kann der her? Hm? Oh, stimmt. Äh, ich komm... Ja, ich muss hier lang. Hat irgendjemand noch was für mich fallen lassen? Ich seh das gar nicht irgendwie. Hm, egal. Okay, dann gehen wir, hm... Regeneriert sich mein Leben eigentlich? Ich glaub schon, ja. Ähm... Egal, wir gehen einfach so rein. Na, nämlich trennen. Potz. Haben ja genug. Wow, das lädt langsam. Für einen Seitenraum. Ich hab keine Ahnung, warum das grad so langsam geladen hat, aber... Ich hoffe... Mehr, 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 mehr. Ähm, verreckt das Spiel nicht wieder. Das wär echt, ähm... Scheiße. Echt mal. Immer noch so langsam. Spiel. Hm. Hier ist niemand drin, okay. Komisch. Ach, wenn ich rauskomme, muss ich die wieder umhauen. Ähm... So... Okay, dann kommt mal her. Oder ich geh einfach dir ne... Äh, die... 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 Gott. Äh, direkt in die nächste Kamera rein. Ähm... Oh, komm, ja, wir gehen einfach weiter. Ich hab jetzt keine Lust auf die. Wir müssen ja eh nochmal ein bisschen mehr wieder zurückkommen. Uh... Bin ich falsch rumgelaufen? Ähm... Ja, auch nein. Oh... Egal, dann rennen wir jetzt einfach durch. Ähm... Bin ich denn vorhin... Oder grad eben auch in die falschen Dinge rein? Ja, bin ich, glaub ich. Oh... Oh... Egal, dann gehen wir jetzt halt nochmal eben hier kurz rein. Äh... Oder war ich hier doch grad eben drin? Nee. Nee, war ich nicht. Okay. Vielleicht werden die Kiste, aber die hab ich... Mal gucken, ob diesmal wieder was drin ist. Ich hab's. Ich sterbe nicht. Oh, da ist ein... Oh Gott, das Tier in Tee. Will ich eher nicht... Oh, hm... Ich bin schon. Oh, ich muss auch passen nicht, dass ich sterbe. Oh Gott. Okay, ich bin dran, lieber. Ehrlich so... Du... Kauberer. Ist es fast jetzt kaputt? Cool. Ist kaputt. Aber ich hab's noch nicht kaputt gemacht. Ich bin ungeschuldig. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Da lag was. Ähm... Sonst nix. Okay. Sind das alles... Lalalalalala Leichen. Oh, Mist. Ich brauche fünf Schüsse. Genau. Hier war doch letztes Mal was. Noch irgendwas? Nö. Okay. Hoppeln. Dann geht's jetzt in diese Hauptkammer, wo wir auch hoffentlich auf James treffen. Lass mich in Ruhe. Äh... Ach, da steht ja einer davor. Ähm... Ach, ich lauf einfach an den vorbei. Ich mach kurz Erfahrungspunkte. Jetzt... Gehen wir rein. Hauptkammer. So. 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 Zauberer... Zauberer Nummer eins ist weg. Jetzt kommt Zauberer Nummer zwei dran. Okay. Zauberer Nummer zwei ist auch weg. Oh, da ist ein großer. Schöser. Roter. Kann er schaffen wir auch locker? Weil haben wir ja vorhin auch schon geschafft. Ja. Ja. Jetzt kommst du. Wo ist das? Geschweißen? Naja, eigentlich ist das... Was ist denn das? Sieht so aus wie ein Schweißchen? Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auch. Ne, er ist so ein Troll. Ach, keine Ahnung. Irgendwas komisches. Küste. Küste, 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 Küste. Küste, Küste, Küste. Und jetzt wieder so eine Kiste. Und was kriegen wir hier? 500 Gold und Flammenverstärkung. Hat meine Waffe für euch noch Platz? Weil wenn ja, dann mach ich das da schnell rein. Äh, Inventar. Äh, Waffen. Dann kommt Waffen. Ne, Spaltes belegt. Schade. Schade, schade, schade. So hätt ich das, glaub ich, echt rein getan, statt rein. Ja, okay. Ich würd sagen, dann hier zur richtigen Haupt-Haupt-Hauptkammer. So, ähm, gehen wir in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zusehen. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn's hier weitergeht. Ach, da passt ja, oh, hier passt ja der Schlüssel genau rein. Okay, ja, dann, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.